Ein kleines bisschen im Programm geschummelt und damit verabschieden wir uns jetzt schon mal ein bisschen amtlich von euch mit einer kleinen, ja noch einem kleinen Aufmarsch von Moabit Hilf, bevor es dann mit Kafka für euch weitergeht. Also nochmal das Moabit Hilf Team bitte hier auf die Bühne mit Jana, mit Evo, mit Laszlo und ja schon unterwegs, Christiane. Wir finden es großartig, dass ihr gekommen seid, dass ihr vor allem durchgehalten habt bis jetzt, dass ihr diese Nachricht, die ihr heute gekriegt habt, bitte mit nach Hause tragt, zu euren Bekannten, zu euren Freunden. Sagt es denen, was da oben passiert in Moabit, die es noch nicht wissen und macht ein bisschen Druck bei der Politik. Die können es vertragen. So, was wir noch mit auf den Weg geben möchten, ist Genesungswünsche und zwar für Henriette Reker, die heute Morgen in Köln vor einem fremdenfeindlichen Hintergrund, das ist dort die parteilose Oberbürgermeisterkandidatin, angegriffen worden. Der Frau geht es immer noch nicht gut, sie ist da immer nicht über den Berg. Von hierher die besten Genesungswünsche nach Köln für Frau Reker. Gewalt hat niemals irgendwo etwas zu suchen und ist einfach nur verwerblich, erst recht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund. Herr Schleier, Herr Müller, Herr Seehofer. Ich danke euch fürs Kommen und gebe einfach mal weiter. Ich sehe euch zwar nicht, aber ihr seid immer noch da und ich kann euch hören. Seid ihr noch da? Und wir wollten mal was ganz Unkonventionelles machen. Wir wollten uns vor eurem Engagement, vor eurer Hartnäckigkeit, vor euer Sein, vor euer Herz und für das, was ihr uns getan habt, verneigen. Danke, dass ihr da seid. Also ich sehe euch auch nicht und, aber wir wissen ja, ich bruche jetzt keine Stichworte mehr. Müller, Schaier, Herr Seehofer. Müller, Schaier, Herr Seehofer. Okay, und wir fordern die ganze politische Kasse mal auf, ihren Verstand aus den Transitzonen zu holen.